Der BVB hat eine individuelle Qualität, die die Spiele entscheidet. Ich glaube, wenn es ums Umschaltspiel geht, das muss ich so sagen, zurzeit, ich kenne keine Mannschaft, die das so spielt wie Dortmund, in einer Geschwindigkeit, in einer Präzision. Es ist wirklich, ich muss sagen, es macht Spass, dann eben auch zuzuschauen. Ja, Haaland, ein aussergewöhnlicher Spieler, aussergewöhnliche Stürme mit unheimlichen Qualitäten. Aber ich glaube, wir spielen nicht nur gegen Haaland, sondern wir spielen gegen Dortmund. Da könnte ich noch den einen oder anderen auch aufzählen, der mit Geschwindigkeit kommt, der über technische Fähigkeiten verfügt. Es ist nicht so, dass wir nur gegen Haaland spielen. Ich glaube eben schon, es ist die Mischung, die es am Schluss ausmacht. Ich glaube, nur zu verteidigen, das wird nicht aufgehen. Du musst, wenn du Bälle eroberst, wenn du den Ball hast, musst du mutig sein, musst dir auch was zutrauen, musst dich auch beschäftigen. Das sind die Mischung, wenn du Bälle für Sie. Das sind die Mischung, für Sie die Mischung.